Gicht ist eine Stoffwechselstörung, bei der insbesondere die Harnsäurekristalle im Gelenk ausfallen und die Harnsäurekonzentration im Blut in den allermeisten Fällen erhöht ist. Das passiert zum Beispiel durch falsche Ernährung, Nierenschwäche und weitere viele Ursachen. Diese Harnsäurekristalle lagern sich im Gelenk ab und machen ausgeprägte Schmerzen im Gelenk, Schwellung der Gelenke, Rötung der Gelenke, Überwärmung der Gelenke, sodass selbst die Bettdecke zu schwer ist. Und insofern ist man da mit solchen schmerzhaften Schwellungen immobil. Man kann sich kaum noch bewegen.